Das war der nächste Polizei-Channel in Hamburg 2017. Ich darf von der einen Seite begrüßen und es freut mich ganz besonders, dass ihr euch da ist, Generalmajor Franz Popp. Das weitere darf ich ganz, ganz herzlich begrüßen, im Sportstaatischer Tremskolzei, Herr Walter Kiesling. Hier noch brauchen wir für die ganze Zeit der Träger hier, Billy Bay und Behrlein. Sie sind auch noch von uns gekommen. Herzlich willkommen, Sozialstaatliche Eva Holler. Und der erste Beziehungsverantwortliche Beziehungskommandant Manfred Matiszowski. Und ich darf das Mikrofon weitergeben an Eurema Sattvaar. Es ist noch mit Fotografieren beschäftigt. Er wollte noch ein paar Worten sagen. Lieber Thomas, ich darf dir das Mikrofon überreichen und darf dich bitten ein paar Zeichen. Ich würde gerne an Euremaß und Gäste, wenn es möglich ist, wir spielen in einem großen Tournament. Es war schwer, dass wir alle Dinge arbeiten. Der Sport ist immer so verabschiedet, dass alle Teams in der Halle sind. Die Teams waren sehr schnell, aber es ist nur für frei. Ich muss sagen, dass wir die Militär-Base sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte also sagen, um, 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 Und jetzt, ich denke, wir versuchen, die Entwicklung zu beginnen. Und so, ich gebe es zu meinem Freund. Vielen Dank. Ich bin ein Applaus, ich bin ein Applaus. Vielen Dank für das. Wir haben die erste Platz. Und die erste Platz geht für die Verteidigung. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, um, the third place, we have the team from Hungary. Thank you. 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 Thank you.